Hallo Leute, wie ihr hört, bin ich erkältet. Kaum in Deutschland und schon habe ich mir die Erkältung eingefangen. Kat ist noch in ihrem Zimmer. Ich glaube, schaut Videos oder so. Voll kalt. Heute gehen wir nach Stuttgart wahrscheinlich. Wir werden, glaube ich, auch mit Lamia was machen. In Stuttgart, einfach nur so ein bisschen chillen. Mein Zimmer ist so unordentlich. Ich habe so keinen Bock aufzuräumen. Es gibt einfach Tage, wo ich echt keinen Bock habe. Mann, eigentlich wollte ich ja, ich habe euch ja, glaube ich, das letzte Mal erzählt, dass ich voll gerne ein Zimmer renovieren würde. Also die Wandfarbe. Mir gefällt die Tapete nicht mehr. Kennt ihr das so? Ich habe die Tapete schon zwei Jahre. Also auch bei meiner Mama zu Hause habe ich die Tapete gehabt. Und jetzt mag ich sie irgendwie nicht mehr. Eigentlich wollte ich noch meine Gardinenstange hier anbringen. Da. Ich habe hier eine Gardinenstange geholt. Aber ich kann nicht bohren. Ich habe keine Ahnung. Also wir haben keinen Bohrer und ich kann nicht bohren. Weil eigentlich wollten wir halt eine Bohrmaschine ausleihen. Aber, also ich habe zwar einen Bohrführerschein und so, aber irgendwie, ich traue mich das nicht. Kann ja sein, dass ich irgendeine Leitung, eine Stromleitung treffe oder so. Keine Ahnung. Wäre ein bisschen blöd, ne, wenn es einen Kurzschluss geben würde. Ich glaube, ich räume jetzt erstmal mein Zimmer auf, weil muss halt sein. Irgendwann. Ja, genau. Das mache ich jetzt mal kurz. Das war's. Spaß. Muss ich auch noch einmal. Das war's. I love an emotion, endlessly, I can't get over you, over you, I want to know what I mean, I want your heart, love, and emotion, I look so different, I'm, I look so different, I'm, let's do it before we change, ach, keine Ahnung wie der Text geht, boah ey ganz ehrlich, ich schwöre ey, warum ist doch kein Text, warum ist denn so, ey, nervig, ich hasse so Karaoke, der Instrumentl 2, kein Teil Text geht, ey, cause you are the piece of me, scheiße, gell, richtig schief, when your legs run like they used to before, Sammy und so, and I can't sweep you off of your feet, people fall in love in Mysterious ways, maybe just a touch of a hand, will me fall in love, follow me to the dark, let me take you past the satellite, you can see the world you brought to life, to life, So love me like you do, la la love me like you do And take my breath and never let it go Baby you just let me invade your space As soon as we forget how it felt Dealing with emotions and never left Playing with the hand that we won't love in this game Cause if the water dries up And the moon stops shining as far And the world goes blind for you know It's just another stage Raising to paint away This time I'm gonna take the crown Without falling down, down, down Pretty eyes I'm shining a light on whatever's worst Stay bad but it feels just a little bit bigger now Our song on a radio but it don't sound the same But I should've brought you flowers Okay, let's go now Okay, let's go now Und wenn sie früher fertig ist, dann kommt sie mit Karl und ich haben gesagt, wir gehen jetzt erstmal ganz in Glück Weil wir haben heute noch nichts gegessen Ja, voll krass und jetzt ist schon 15 Uhr Gestern Abend haben wir uns richtig geilen Salat gemacht Das heißt richtig geil, eigentlich voll den Standardsalat Aber ich find irgendwie, das ist so am besten So nix besonderes Einfach nur Essig Öl Ja, Essig Öl, Salz, Pfeffer Ja, Riestas und so Einfach nur das und es schmeckt schon eigentlich geil So, wir sind jetzt gerade Essen Habt meinen Burger bekommen Geil Pure Perfektion Das ist ein Avocado-Burger Wird wie immer eher Wolpertringer Salat mit Pommes Kat und ich fahren jetzt zu Milaneo Weil wir haben diese typisch Typisches, also wir haben so ein typisches Mädchen-Problem Wir finden jetzt nichts mehr zum Anziehen Eigentlich wollten wir halt mal so ein bisschen gucken und so Was so gibt jetzt gerade in Zara, A und M, Mango Die typischen Läden Wenn ich huste, so kommen mir voll die Tränen Aber wenn ich so meine Nase hochziehe, dann bin ich so kurz vorm Niesen so Das kitzelt dann voll Oh, kranke Menschen hier Ja, immer diese kranken Menschen Und bestimmt sind ganz viele von euch auch krank im Bett Ja, das schreiben vor viele Ja, das schreiben echt vor viele Ich bin gerade krank und guck euer Vlog Ja Und jetzt bin ich auch krank Und ja Für alle Kranken da draußen Wir suchen euch Gute Besuchung, meine ich Wir sind jetzt gerade im Milaneo Und wir waren schon in Bershka In Zara Und haben nichts gefunden Ja Ich weiß nicht, ich hab's Gefühl Also in Zara hab ich das Gefühl gehabt Dass die Sommer-Sachen irgendwie noch da sind Voll komisch Und bei Bershka gab's nur Winterjacke zum Das war nur Winterjacke in Zara Das kann kein Deutsch mehr Das war ein Primer-Kanier Ja Das war ein Konzept der Abwachs Haben uns eine kleine Erwärmung geholt Und es ist irgendwie voll ungewohnt In der Mall reinzugehen Ohne dass man die Tasche kontrolliert wird Also ohne dass die Tasche kontrolliert wird Und das ist so ein So ein Dieses Ding-Bogen da Wie beim Flughafen Im Fodermall steht Komisch Was ich eh im Allgemeinen-Allgemein-Kommer finde In Deutschland gehen die Türen alle selber Also von selber auf Hier hin gibt's jemanden, der die Tür aufhält Genau Schon krass Und was sind diese Metall-Dinge auf dem Bogen? Die haben bestimmt eine Funktion Guck mal Hier Hier sind so Metall-Dinge Oh hier auf dem Boden Das Das hat bestimmt eine Funktion Wir sind wieder zu Hause Oh, die haben noch so ein Ding, gell? Ich mach denen mal so ein Ta-ta Oh Wir geben denen immer so ein bisschen Brot So älteres halt Also so ganz hart Ganz hart Ja Denkst du? Bubelina fährt voll drauf ab Bubelina Ja, Bubelina Der ist flink Ein flinker Horsischer Moment Mach das mal kurz weg Kannst du das kurz weg machen? Ja, okay Du hast es selber weg gemacht Bubelina Mein kleiner Horsischer Ich bin scheinbar nicht so klein Ich bin ein Feldhaar Ich weiß nicht, was für ein Glas willst du? Lamia hat mir gerade einen Shot gemacht Wir trinken jetzt was Wir haben gerade so einen Ingwer-Apfeldrink gemacht Weil ich ja krank bin Ich hab ja schon mal einen Shot getrunken Ist richtig scharf bestimmt, oder? Ja, aber das ist gut Ja Bist du auch krank? Ja, ertrink bitte vom gleichen Glas Ne, 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 ne Ich hab eh schon Ich hab keinen nimmchen einen Shot getrunken Also daheim Also, also Ach, ich hab's gar nicht erzählt Ich hab hier so ein Dings geholt Wie nennt man das? Gemüsespizza Da werde ich mir morgen was ganz leckeres machen Und das seht ihr auch auf Lamia's Kanal Ja Voll das geile Rezept Wir haben heute so ein paar Zutaten gekauft Ähm Ja Ja Genau Genau Lamia hat jetzt eine neue Cam Mit der minimal geklaut wurde Ja, ihre alte wurde Entnommen Spaß Ähm Sie hat sich eine neue geholt Und ja Du musst Weil sonst kann sie keine Vlogs mehr drehen Und ähm Sie hatte auch Voll 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 Viele Aufnahmen gehabt auf der Kamera Das ist echt ärgerlich Weil Da waren so tolle Sachen drauf Und ich hätte sie so gerne gesehen Weil ich auch Ist man einfach so dabei Wenn man vloggt Und Ja Einfach für den Arsch Einfach umsonst alles aufgenommen Ähm Wenigstens ist es noch in deinen Gedanken Ja Wo 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 Lamia ist einfach weg Wo ist Lamia hin Verteilt schon ihre ganzen Batzellen Hier Hier Überall Okay Ja Ja Oh wie süß Die warten nur auf mich Dass ich mit denen weiterspiele Komm Ich spiel mal mit euch Hallo Euer Aufschlitz Komm, komm Ja Bewegt dich Na 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 Ta Habt auch mal nicht aufstehen. So Leute, wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Hey.